Ach Paradox, wieso machst du uns das Leben nur so schwer? Ich wollte mich doch entschuldigen und erklären, wieso du eine Reicherung für das Genre der Strategie- und Aufbauspiele bist. Und dann kommst du wieder mit einem DLC wie dem bei City Skyline 2 und bestätigst all meine Bedenken, die ich im letzten Video hatte, noch einmal. Das könnt ihr euch anschauen, ist unten in der Beschreibung verlinkt. Ansonsten, Paradox, ich weiß nicht, irgendwas läuft da schief. Und das Ähnliche kann ich auch bei Millennia sagen, einem an sich sehr spannenden Spiel. Da frage ich mich aber, wo sind all die Ressourcen von dir, Paradox, um C-Prompt, die Firma, die das entwickelt hat, zu unterstützen? Denn dein Umsatz und Reingewinn ist in den Jahren deutlich gestiegen, wenn man sich diese Statistik und auch die eigenen Angaben von Paradox anschaut. Aber die Qualität der Produkte nicht so wirklich. Wieso? Wieso tust du uns das oder auch mir an? Ich habe dir was geschrieben, ich wollte dich hier als Hoffnungsträger darstellen, der uns vor vielen, vielen Jahren erlöste von einer ewig gleichen Art von Strategiespielen. Und dann kommt sowas. Aber egal. Ich stehe dazu, was ich im Titel sage, auch wenn es mit viel Ironie und einem bitteren Beigeschmack passiert. Ich entschuldige mich bei dir, Paradox. Bei dir ganz persönlich. Zumindest in einem Zeitraum, in dem du mir als Strategiespiel eine neue Welt von Spielen eröffnet hast, die ich immer in Ehren halten werde. Also schnallt euch an und seht mich buckeln vor einer schwedischen Firma, wie es sonst nur bei Carolus Rex passiert ist. Wo wir jetzt ganz klar sagen, warum ich mich für die ständige Kritik gegenüber Paradox entschuldige, gehen wir ganz kurz auf die Firma an sich ein. 2004 gegründet in Schweden, war vorher als Paradox Entertainment bekannt, jetzt halt Interactive. Und es gab einiges hin und her, die wollten man dann lieber mal Filme machen. Geld war schon sehr wichtig, auch wichtiger als die Qualität teilweise. Dann haben sie so ein bisschen hin und her gegeben und so weiter und so fort. Viel tiefer will ich jetzt auch gar nicht graben. Auch wenn die Vorgängerfirma schon in den 90ern aktiv war. Aber schließlich will ich hier keine Unterrichtsstunde machen in Geschichte. Also aufwachen. Naja, die Spiele waren damals jedenfalls schon in den Reihen verortet, die wir alle kennen und fast alle lieben. Europa Universalis, Crusader Kings, Victoria und Hearts of Island entstanden alle so um die 2000er herum. Beginnen mit Europa Universalis. Diese Spiele haben für Paradox Aufmerksamkeit bedeutet und einen kleineren Durchbruch, den sie nutzten, um Lizenzen zu kaufen und die Spiele weiterzuwickeln oder eben auch zu publishen. Aus meiner Perspektive hatten all diese Spiele nicht existiert. Damals, in der Zeit. Ja, scheine ich mich ruhig. Ich kann nicht sagen, ob es an mangelnder Fähigkeit, Interesse oder sonst was lag. Ich war jung und brauchte das Spiel Walk of 3 und Gothic 2. Ich würde sogar behaupten, dass das für viele von euch der Fall war, denn die Spiele hatten, naja, ihr wisst es, eine Einsteigerhürde, die wir alle kennen, die das erste Mal ein Grand-Strategy-Spiel von Paradox gekauft haben. Bis heute traue ich mich nur in den Ferien, also generell, wenn ich Urlaub habe, an ein neues Grand-Strategy-Spiel von Paradox oder auch ein anderes, weil ich weiß, dass man sich erst mal 20 Stunden auf das Reinarbeiten freuen kann. Ja, ich sag freuen, da kommen wir später auch nochmal zu. Und dazu ist man als Kind oder Jugendlicher einfach nicht so bereit, zumindest meiner Meinung nach, meiner Erfahrung nach. Aber ihr könnt jetzt in den Kommentaren, nachdem ihr abonniert und einen Daumen hoch den Tag gelassen habt, das Gegenteil behaupten und mich als unkultiviert für die Klassiker beschreiben. Alles für den Algorithmus. Der richtige Durchbruch in die goldenen Zeit kam bei Paradox durch seine Investition, Unterstützung von Colossal Order und den Weiterentwicklungen ihrer Spiele in der Clausewitz-Engine. Und die sind für mich in diesem Video, in dem ich mich bei Paradox entschuldigen möchte, dafür, dass ich sie immer kritisiere, wichtig. Denn sie leuteten eine neue Zeit für das Strategie-Genre ein mit Crusader Kings 2, Europa Universales 4. Und eben auch City Skylines, was jetzt ein Aufbau-Strategie-Spiel ist oder Aufbau-Spiel ist, kein Strategie-Spiel an sich, konnte Paradox auf jeden Fall endlich Millionen Verkäufe knacken und erreichte eine viel größere Zielgruppe, die die Bekannte der Firma steigerten. Durch den Flop, den EA mit allen Spielen seit 10 Jahren, ich meine mit SimCity 2013 hatte, war auch auf City Skylines' Spiele-Rekorde und wurde der neue Standard der City-Management-Spiele. Mit über 12 Millionen, müsst ihr euch mal zergehen lassen auf der Zunge, worauf ein Exemplar war es, auch wenn ich eher die Strategie-Ecke von Paradox betrachten will, unmöglich zu ignorieren. Und maßgeblich für den finanziellen Erfolg der Firma und natürlich jetzt auch maßgeblich für den neuen Shitstorm, den Paradox wieder mal an Land gezogen hat. Dieser Durchbruch auf jeden Fall, ob nun durch City Skylines oder der ganzen Grand-Strategy-Spiele, ist der Grund, warum ich mich bei dir entschuldigen muss, Paradox. Denn dir ist etwas gelungen, was keiner Firma in den letzten Jahrzehnten gelungen ist. Du hast die Formel der Strategie-Spiele gebrochen. Und das als der absolute Underdog, der an einer Formel von unglaublich komplexen, auch ein wenig janky-anmutenden Spielen festgehalten hat. Du bist jetzt einer der absoluten Monopolisten und leider zerstörst du dich immer weiter selber, wenn du nicht aufpasst, aber dein Durchbruch hat einen Runk gegeben, der Aufmerksamkeit von anderen Firmen gebracht hat. Das ist einfach ein Fakt. EA zum Beispiel hast du komplett aus dem Aufbau-Genre gekickt, leider auch auf Kosten von Maxis, aber trotzdem hast du es getan und geschafft. Aber viel wichtiger für mich, hast du einen neuen Markt für Strategie-Spielen ins Licht gerückt, die ganze Gegend des Oberflächentrends mehr Mechaniken, mehr Management, mehr Arbeit und mehr Können erforderten. Der Spruch geht gut ist eben nicht nur auf Ego-Shooter oder Echtzeit-Strategie-Spiele anwendbar. Dieser Aufschwung hat dazu geführt, dass andere Strategie-Spiele viele der Ideen übernommen haben und du als Firma ein echter Konkurrent auch für die etablierten Firmen wie Creative Assembly und Firaxis geworden bist. Man musste sich anpassen und wollte etwas von diesem Erfolg mitnehmen, was aber vor allem bei EA nur mäßig funktionierte, was die Firma auch deutlich und gerechtfertigt zu spüren bekommen hat. Bei Firaxis ist es bei der Hoffnung, dass sie bei Civilization 7 einige Mechaniken mitnehmen, die sich eben an das Spieldesign von Europa Universalis und so weiter anlehnen, das Spiel nicht noch mehr versimpeln, was wohl kein echter Strategie-Spieler haben will. Und durch Paradox Erfolg haben wir als Spieler das auch ganz deutlich gezeigt. Wir wollen nicht an der Hand gehalten werden, immer weniger Entscheidungen treffen und Mechaniken in immer simpleren Häppchen präsentiert bekommen und schon dafür müssen wir uns gegenseitig und auch Paradox auf die Schulter klopfen. Denn die Magie, die deine Spiele, Paradox, haben, ist eben der schiere Wahnsinn der gebotenen Simulation, der Geschichten, aber auch des stetigen Einarbeitens. Fangen wir doch mal an mit der Magie, der Simulation. Bei den Grand-Strategy-Spielen von Paradox können Dinge geschehen, die einen völlig aus der Bahn werfen. Ob ich bei Europa Universalis 4 als eine kleine Insel im Pazifik die Kolonisten zurückschlage, Amerika und danach die ganze Welt erobere oder eine Großmacht durch die KI entsteht, die es in dieser Form nie gegeben hat, jeder Wahnsinn ist dabei. Und ich als Spieler kann diesen Wahnsinn entstehen lassen, indem ich zum Beispiel Russland, das Osmanische Reich oder Frankreich in irgendeiner Form destabilisiere. Oder ich mit Lübeck, eine absolute Ein-Land-Supermacht werde, die das Heilige Römische Reich von innen kontrolliert und jeden Eroberungsversuch im Keim erstickt. Noch schlimmer oder eher besser wird das Ganze natürlich bei Crusader Kings, wo die Welt ständig, vollständig auf den Kopf gestellt werden kann und man sich in unglaublichen Parallelwelten wiederfülle. Ein Tod, ob freiwillig oder unfreiwillig, kann gerade am Anfang des Spiels zu den absurdesten Änderungen der Macht führen und sowohl die KI als auch den Spieler berechen. Und das ist ganz klar ein Grund dafür, warum so viele Spieler bis heute und trotz der unverschämten DLC-Strategie täglich diese Spiele spielen, obwohl Europa-Universal des Vier schon über zehn Jahre alt ist. Dieses Beispiel kann man für Hearts of Iron und Stellaris natürlich fortsetzen. Es ist aber hoffentlich klar geworden, dass diese Spiele, die uns Paradox abgeliefert hat, etwas geschafft haben, was bei anderen Strategiespielen immer noch fehlte oder immer mehr fehlte. Das Unberechenbare, die schon lächerliche Möglichkeitenvielfalt und das dennoch oder eben Wegenmechaniken, die weit über die Komplexität von den meisten Strategiespielen in den letzten Jahrzehnten hinausgehen. Ich werde mich immer daran erinnern, wie ich mit einem Land in Afrika den ganzen Kontinent erobert und verteidigt habe. Ich mit einem indigenen Volk die Kolonisierung verhindert bzw. gebrochen habe. Und dazu kommen ja dann noch Mods, die mich in alle Reiche in der Spielewelt hineinbringen und damit einen unendlichen Geschichtengenerator aufbauen, der das Wort Sandbox in der Strategie neu erfunden hat. In dieser Sandbox könnt ihr die interessanten Achievements in den Auge fassen oder eben eure eigene wahnsinnige Geschichte erzählen. Dazu kommt die Magie des Kennenlernens. Wie alle kennenlässt, wenn man sich das erste Mal trifft und alles noch neu und frisch ist, das ist ein tolles Gefühl. Bei den Grand Strategy Spielen von Paradox ist es aber eher noch einmal etwas anders. Stellt euch so vor, statt dass ihr euch gemütlich bei einem Kaffee trefft, ist das Kennenlernen gespickt mit wilden Rätseln, einer Schnitzeljagd voller Tabellen und Statistiken, die euch komplett überwältigen. Das erinnert mich irgendwie an diese eine Szene von Big Bang Theory. Und das führt absolut zur Frustration und Überforderung. Bei den ersten Durchgrängen blieb ich mit einem Gefühl der Abnehmung, des Unverständnis, aber auch mit dem Ehrgeiz zu verstehen zurück, was denn dieses Spiel bietet und wie ich es schaffen kann. Das birgt eben dennoch eine Magie in sich, für die man Paradox dankbar sein kann. Der erste Untergang in Crusader Kings durch eine Rebellion, einen Mord oder sonst was, hat mich wütend zurückgelassen, aber auch meinen Ehrgeiz, wie gesagt, geweckt. Man muss besser planen, nämlich Mechaniken für sich nutzen und nach erneuten gescheiterten Versuchen macht es irgendwann nach vielen, vielen Stunden Klick. Eine weitere verstandene Mechanik, ein weiterer Meilenstein. Irgendwann konnte ich die Welt oder Teile davon erobern, wusste fast jede Mechanik zu nutzen und zu bespielen. Es hat so viele Stunden gedauert, aber man war in dieser Welt und diese Welt hat immer noch Neues zu kennenlernen bereitgehalten. Europa Universalis 4 ist dafür wohl ein noch besseres Beispiel, da es noch systematischer als Crusader Kings ist. Nachdem ich das Entwicklungssystem verstanden und systematisch genutzt habe, fühlte ich mich wie ein Gott in diesem Spiel. Das Beste dabei ist, mache ich mal ein Jahr Pause und kehre dann irgendwann zurück, verkacke ich meistens wieder meinen ersten oder vielleicht einen zweiten Durchgang und das Kennenlernen der Tabellen, der Mechaniken, also diese Schnitze ja, beginnt teilweise wieder, was eigentlich eine ganz coole Sache ist, weil es natürlich einen unglaublichen Widerspielwert bietet. Und dennoch muss ich sagen, es tut mir einfach leid, ich kann nicht aufhören. Ich kann nicht aufhören, dich zu kritisieren, Paradox. Denn das, was ich hier schreibe und über deine Art der Spiele sage, ist etwas, wofür wir uns bei dir bedanken können, ganz klar. Das Problem bei jeder Entschuldigung ist aber, dass sie niemals ohne Ironie geschehen kann. Denn Paradox hat uns für jede interessante Mechanik, jedes Puzzlestück des Kennenlernens auch gerne mehr Geld abgeknüpft. Und auch wenn ich sehr dankbar für ihre Arbeit bin und sie ungern in den Topf mit Firmen wie EA oder auch Creative Assembly packen will, so zeigt sich durch die derzeitigen Entscheidungen und die abnehmende Qualität eben doch ein Bild einer Firma, die sich auf der Börse verloren hat. Die früher mit diesen tollen Janky-Spielen neue Sphären durchbrochen hat, aber irgendwo ihren Weg hinter sich gelassen hat. Und gerade weil Europa Universalis wohl so gut wie angekündigt ist, möchte ich dich auf Knien anflehen. Verkack dieses Spiel nicht auch noch. Mach es nicht wie bei Skyland 2, nicht wie bei Victoria 3, nicht wie bei Imperator Rom. Bitte nicht. Ich will wieder das magische, wütend machende, fordernde Gefühl haben, dass sich eine Welt voller berechenbarem Chaos auftut, die ihre eigenen Geschichten erzählt und nicht das leere, wiederkehrende Gefühl der schlechten DLCs für viel Geld bei Spielen, die ihre Seele irgendwo auf dem kapitalistischen Weg zur Größe verloren haben. Naja, soviel zu dem Patas, den ich hier am Tag gelegt habe. Was seid ihr denn dazu? Wie steht ihr zu der Sache? Könnt ihr euch auch nicht aufhören, Paradoxo kritisieren, weil ihr eben wisst, was die Firma für einen Stellenwert im Genre hatte und hat? Findet ihr das alles komplett schwachsinnig, was ich hier erzähle? Oder erzählt doch einfach mal eure bescheuerste Erfahrung in einem Paradox-Spiel, die euch für immer im Kopf hängen geblieben ist. Ich jedenfalls bedanke mich sehr fürs Zuschauen und bete für ein wunderschönes, chaotisches und doch strategisches Europa-Universales 5. Bitte, bitte lass es geschehen.